Borussia Dortmund ohne Andreas Möller, der ehemalige Frankfurter Grippe geschwächt, für ihn spielte Lars Ricken. JJ Okoccia gegen Matthias Sammer, Jan Vortog und langsam gewöhnen sich die Dortmunder Fans daran, erneut liegt Dortmund mit 0 zu 1 zurück. Keine sechs Minuten waren gespielt, Okoccia versetzt, Sammer Vortog löst sich geschickt von Schmidt und Jan Vortog mit einem für ihn seltenen Erfolgserlebnis. Ebenfalls sehr selten diese Aktion, Matthias Sammer wird förmlich vernascht und das nach allen Fußballregeln der Kunst. Vortog bedankt sich und die nach Dresden auswärts schwächste Mannschaft geht in Führung.